Es gibt sehr viele verschiedene Ängste. Aber oftmals haben die Ängste etwas mit den Gedanken zu tun. Vielleicht kennst du es, dass du Gedanken hast von einer Situation und dir eine Katastrophe ausmalst, was dort passieren könnte. Und die Fantasie oder die Bewertung verstärkt deine Angst dann noch. Aber oftmals ist es so, dass das, was wir uns vorstellen, oder das, was du dir vorstellst, gerne nichts mit der Realität zu tun hat. Sondern es ist einfach eine Katastrophe, die du dir ausmalst. Oftmals verstärken wir unsere Ängste durch unsere Gedanken.